Schwört euren Eid, Moren Sedai. Ich schwöre, kein unwahres Wort auszusprechen. Keine Waffe zu erschaffen, mit der Menschen töten können. Und die eine Macht nie als Waffe einzusetzen. Wisst ihr, was Eis Sedai in der alten Sprache hieß? Diener von allen. Sie sind es, die der Welt dienen. Ich habe diesen Pfad nicht gewählt, aber ich folge ihm. Und jetzt? Die zwei Flüsse. Die Menschen dort durchströmt das alte Blut. Hoffentlich hat es ihr auf das vorbereitet, was kommt. Der dunkle König erwacht. Aber einer kann sich ihm widersetzen. Und das ist einer von euch fünf. Ihr habt den Verstand verloren. Euer Leben wird nicht verlaufen wie gedacht. Wohin? Was ist das? Seine Armee, er kommt. Was können wir tun? Wir schützen die Menschen, die wir lieben. Um jeden Preis. Unsere Feinde sind überall. Sie werden niemanden verschonen. Das waren schon zu viele. Ich darf dich nicht auch nicht verändern. Wirst du nicht verändern. Wenn wir den dunklen König nicht jetzt aufhalten, brennt die ganze Welt. Das lasse ich nicht zu. Das Rad webt, wie das Rad es wünscht. Gehen wir hier zurück, glaubst du? Nach Hause? Nein. Jyssans ,